Das ist ja auch nett. Das muss ich auch mal wieder anziehen. Ja, das nehme ich mit. Und der Pulli, wenn es mal nicht so warm ist. So, jetzt bin ich fertig. Nur noch alles in den Koffer. Mist, passt nicht alles rein. Also noch mal. Schatz, bist du schon fertig mit Packen? Nein, noch nicht ganz. Ich brauche aber nicht mehr lang. Sag mal, nimmst du Badesachen mit? Vielleicht gehen wir ja mal schwimmen. Ach komm, wir gehen hier auch nie schwimmen. Das kannst du doch hier lassen. Wir wollen doch die Stadt ansehen. Mensch, der Koffer geht nicht zu. Na, dann muss ich halt ein paar Sachen hier lassen. Sag mal, brauchen wir eine Winterjacke? Nein, so kalt ist es noch nicht. Und wenn es kalt ist, gehen wir ja auch mal in ein Café. Ja, super. Gute Idee. Dann lasse ich die Winterjacke hier. Aber die Regenjacke nehme ich mit. Klar. Ich habe auch einen Regenschirm. Hast du den Reiseführer dabei? Ja, natürlich. Also, ich habe jetzt einfach zwei Hosen, einen Rock, drei T-Shirts, zwei Blusen und einen Pulli eingepackt. Meinst du, das reicht? Klar. Und wenn uns was fehlt, können wir es uns ja kaufen. Wir fahren ja nicht in die Wüste. Stimmt. Guten Abend. Wir haben ein Zimmer auf den Namen Burger reserviert. Guten Abend. Einen Moment bitte. Ja, hier habe ich sie. Können Sie mir das hier bitte noch ausfüllen? Ja, natürlich. Danke. Und hier ist die Karte für Ihr Zimmer. Das Zimmer ist im dritten Stock. Der Lift ist gleich hier rechts. Danke. Sagen Sie, wir sind zum ersten Mal hier in Basel und wir kennen uns gar nicht aus. Was gibt es denn für Sehenswürdigkeiten? Können Sie uns ein paar Tipps geben? Aber gerne. Da gibt es ganz viel, was Sie machen können. Sie können zum Beispiel in der Altstadt spazieren gehen oder eine Stadtführung machen. Ach, ich weiß nicht. Da muss man immer so viel gehen. Oder Sie machen eine Stadttour mit einem Oldtimer-Tram. Das macht wirklich Spaß. Die Tour startet um 10.30 Uhr oder um 11.45 Uhr und dauert eine Stunde. Sie sehen die Altstadt, den Marktplatz und noch viel mehr. Abfahrt ist am Zentralbahnplatz. Ich habe hier einen Prospekt für Sie. Danke. Ach, das sieht ja nett aus. Soll ich Sie gleich anmelden? Ach ja. Was denkst du? Ja, das sieht gut aus. Um 10.30 Uhr ist gut. Gerne. Dann melde ich Sie gleich an. Und was machen wir danach? Interessieren Sie sich auch für Museen? Ja. Also, das Kunstmuseum Basel ist sehr bekannt. Es ist die älteste öffentliche Kunstsammlung der Welt. Seit 1661 kann man hier Bilder ansehen. Gibt es auch etwas Moderneres? Ja, da kann ich Ihnen das Vitra Design Museum empfehlen. Es ist ein sehr bekanntes Museum für Design und Architektur. Es ist nicht direkt in Basel, sondern in Weil am Rhein. Sie können mit dem Bus dorthin fahren. Das hört sich toll an. Also, wir frühstücken zuerst gemütlich hier im Hotel, dann machen wir die Stadttour und danach fahren wir zum Museum. Einverstanden? Ja, super. Und was machen wir später? Wo können wir am Abend denn etwas essen? Vielleicht möchten Sie typisches Essen aus Basel probieren. Da kann ich das Restaurant Löwenzorn empfehlen. Da kann man gut essen in historischen Räumen. Ja, das klingt gut. Na, da haben wir ja ein volles Programm. Zuerst Frühstück, dann die Stadtführung, danach ins Museum und später Essen. Und was machen wir nach dem Essen? Theater? Nein, zum Schluss gehen wir noch in einen Club und übermorgen schauen wir mal. Okay, vielen Dank und gute Nacht. Gerne. Sag mal, wie kommen wir denn jetzt zu der Stadttour? Keine Ahnung. Schau doch mal auf dem Handy nach. Ja, mach ich. Wie heißt nochmal der Platz? Zentralbahnplatz? Ja, ich glaube schon. Okay, also wo sind wir denn jetzt? Ah, hier. Also schau. Wir sind hier und da ist die Abfahrt. Siehst du? Also, wir können mit der Tram fahren. Wir gehen zur Haltestelle Bankverein, da steigen wir in die Tram ein. Und am Zentralbahnplatz steigen wir wieder aus. Das ist ja einfach. Und da muss man nicht umsteigen? Nein, die Tram fährt direkt. Warte, das ist die Nummer 8 und die Nummer 10. Super, dann mal los. Ähm, und wie kommt man jetzt von hier zur Tram? 1 Vorstellen 2 Frühstück 3 Warten 4 Vor 5 Video 6 Film 7 4 8 Wir 9 Viele 1 Wir Der Fotograf fährt nach Frankfurt. 2 Wir wollen im Winter wandern. 3 Volker vergisst immer das Verb Verkaufen auf Spanisch. 3 Wollen wir vier vielleicht im Februar nach Wien fahren? 4 Gut gesagt. 5 Wetter Mann ist das heiß! 5 So eine Hitze! 6 So ein Mistwetter! 7 Es schüttet! 7 7 Es schüttet! 8 Es schüttet! Es schüttet! 9 Es schüttet! 9 Es schüttet! 21